Seit zwei Monaten kursierten Gerüchte, dass Stefan Mross und Anna-Karina Beutschaks Ehe kurz vor dem Ausstehe. Nun verkündete das ehemalige Schlagertraumpaar die traurigen Neuigkeiten, sie haben sich getrennt. Fans reagieren mit wenig Empathie und werfen Anna-Karina sogar vor, sie habe Stefan lediglich benutzt. Traunstein seit gestern, 11. November 2022 herrscht traurige Gewissheit, Stefan Mross, 46, und Anna-Karina Beutschak, 30, haben sich getrennt. Schon im September gab der Schlagersänger bekannt, dass die beiden nach sechs Jahren Beziehung in einer Krise steckten. Nun soll es endgültig aus sein, das verkündeten die, noch, Eheleute am Freitagnachmittag in einem identischen Social-Media-Post. Untertitelung des ZDF, 2020